das hier mal aus ok 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 moin hieromaniacs ist das schon ich begrüße euch heute zu einem kleinen video in dem wir uns mal alle cosmetics anschauen wollen die im neuen update drin sind dass ihr mich ohne ecke setzen seht ist ganz einfach und auch dort diese leiste seht wir sind gerade im live stream und wollen hier mal ganz kurz alle cosmetics durchgehen und wollen uns mal anschauen was alles drin ist wir beginnen ich muss tatsächlich ganz kurz bevor wir loslegen muss ich einmal ganz kurz die die helden lautstärke erhöhen sonst haben wir die sprüche nicht so wie immer mit anna anna hat keine skins bekommen hat aber neuen spruch neuer spruch ich bestimme selbst über mein leben okay sollte ich so geil sprays gucken uns nicht aber die sind langweilig die gucken uns am ende an also bestion bestion hat auch einen spruch bekommen keine ahnung was bestion damit sagen möchte vielleicht weiß der chat was bestion damit sagen möchte das ist das schöne dass ich das gerade mit live chat mache also wenn der chat diese melodie erkennt dann gerne mal posten ich werde ein auge drauf haben okay aber bestion sonst nichts genauso wenig wie anna so die war die war hat sprüche okay groß neues jahr passt zum neujahrsfest finde ich okay auch sonst hier nichts okay du fest wir kommen zu tun fest haben wir uns gerade schon angeguckt hat ein neues mode bekommen und holy crap ist das gut meine güte wow meine güte ist das gut ist das gut finde ich richtig stark möchte ich schon mal haben so hat uns noch was bekommen spruch natürlich das glück ist mit den mutigen okay sogar zwei sprüche weil er letzte ja nicht dabei war das finde ich cool dass man hier zwei reinhaut allgemein ich freue mich immer über dummfist sachen das war es aber hier wie gesagt sprays guck mal am ende noch mal ganz schnell durch so genji genji einen neuen skin bekommen und wir sehen ihnen hier unten den bayou skin und holy crap waffen waffen oh mein gott alle leute genji main guckt euch mal dieses kinder mit dem hologramm vorne drauf das ganze ist thematisch diesmal die vier symbole der chinesischen kultur also der weiße tiger die schildkröte der rote drache und noch irgendwas supergeiler skin guckt euch das ding mal an holy crap wow richtig und auch dieser dampf da oh gott das ist so gut das ist so gut also ich bin der bisher der verfechter center skin ist der beste aber zuckerchen zuckerchen genji sonst noch irgendwas sprüche kann man machen muss man nicht so weiter geht's mit hanzo shimada okay hanzo hat und spruch bekommen aber gut hanzo beim letzten mehr diesen kabuki bekommen eingeben passt das schon okay junk red junket 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 falls ich irgendwas überseht chat bitte macht mich darauf aufmerksam also alle sprüche rund um hunde das war letztes jahr nicht so das war letztes jahr nicht so okay aber auch hier wow also gefühlt haben wir hier den falschen anfang gemacht okay total langweilig total langweilig okay mccree mccree hat ein skin ja oh der magistrat ich weiß nicht freunde ich weiß nicht das ist ein bisschen enttäuschend oder geht das nur mir so finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend da könnt ihr die waffe mal angucken die waffe sieht halt schon wieder geil aus ich mag diesen alten look bei der waffe aber es gehen selbst mehr im chat sich auch viel mehr also mag irgendwas mit der chinesischen kultur zu tun haben da deswegen möchte ich sagen aber du wurdest eingeschneit von dem andauernden gebell ist meine kehle schon ganz trocken so und noch ein highlight intro für mccree ernsthaft oh mein gott das ist so gut das ist gut und dann auch so richtig so cool so einfach mal hinter die explosion und weg gehen nicht hingucken richtig gut regt sieht fast das was vom letzten jahr gewesen also so dieses diese art von dem feuerwerk aber nice okay das ist nice scheiß skin aber zumindest cooles intro okay diese sache diese japanischen geldgutscheine okay so mercy mercy kriegt auch uns gehen und hier kommt dieses zweite symbol rein also der der zu küsschen der rote drache quasi dort sehen wir auch den roten drachen ich habe ja das motto diesmal richtig gut und sie ist halt auch so also sie soll hat welchen drachen darstellen wenn ihr euch das mal anschaut das hier ist der schwanz das klingt falsch wenn ich das sage wow richtig richtig gut auch der starb einiger mehr vermutet es könnte dieser skin sein den wir den sprays gesehen haben das mit dem sonnenschirm interessant wäre wenn das ding auf ihn würde finde ich finde ich finde ich ziemlich stark finde ich ziemlich stark phoenix wird im chat gesagt okay roter phoenix sicher weil ich bin mir sicher dass es das tier kann okay ist ein phoenix tatsächlich ich bin mir sicher dass das wir müssen ja bei den chinesischen symbolen danach gehen freunde nicht was ihr denkt weil es gibt diese vier chinesischen symbole das ist die doppelköpfige schildkröte der der weiße tiger ich bin mir sicher dass der rote drache ist die vier chinesischen symbole aber vielleicht liegt auch falsch und ist wirklich ein phoenix so im mode ok nee der haben wir schon dass das nicht neu so sprüche ok ok das war's ok moira als ob moira was kriegen würde als ob moira was kriegen würde die gewohnheiten mit dir geht jeder plan vor die hunde solange was heißt das chat bitte mal informieren was solange heißt fahrrad den drachen ok gut dann phoenix habt ihr vollkommen recht ok danke für diese deswegen so schön dass ich das heute mit dem chat mache denn der chat kann mir so ein bisschen da die arme greifen so orisa kein skin kein emot wow und scheiß das ist so ein spruch den auch von zen kommen könnte auch hier nichts war also ich finde es echt schade dass neue charaktere so stiefmütterlich behandelt werden so ok jetzt kommen wir zum queen long das ist dann quasi der drache ich mag das total mit dem hologramen da drauf und auch die augen und es sieht so gut aus sich fast wie so ein transformer skin hause auch mit den krallen ok sieht ok da hinten ist es sieht ja recht also sieht richtig gut aus muss man ganz kurz die waffen an holy crap jetzt fahrer nicht gerade erst einen geilen skin bekommen und dann ja 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 da liefert schon ab wie passend okay das war's reaper kein skin nur ein spruch bei mir geht es mit dem teufel zu ok fast im grandok sagt mir übrigens gerade im chat dass dieses was wir gerade bei moira hatten hier dass das schräg heißt ok reaper war noch etwas bei reaper nene das war's sprüche war ok auch hier nichts reinhardt so road talk im mode oh er hat bachimari oh mein gott oh mein ganz ehrlich das als legendäres im mode und er wird das dauerhaft das ding drücken viel viel geiler als als einmal nur rausholen klingt auch wieder falsch aber ihr wisst was ich meine aber es ist putzig es ist schon ein bisschen putzig dass das gebe ich zu okay das war's ich gucke mal so zu stück in den chat ob ich irgendwas übersehen vergesst schon wieder kein solcher skin aber ich meine er hat den winter skin bekommen der war halt echt scheiße ich bin auch uns nichts vor okay der ist sehr cool der spruch neues highlight intro was das ach so das ist von denen das habe ich doch gar nicht blizzard holt fällt mir gerade auf ok sombra 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 auch nur ein spruch haupt mich jetzt bisher noch nicht so ganz um ehrlich zu sein so die meisten die skins sind halt schon geil aber ich weiß nicht bin ich mittlerweile ein bisschen entzaubert von neuen cosmetics ich weiß nicht was ist blizzard world hat mich halt so tierisch umgehauen die englische sprecherin ist deutlich besser von symmetra ok torbjörn auch hier kein skin vertrauen kommt zusammen okay das wäre cool so ich frage gerade im chat aufkommt max wir machen eine youtube aufnahme deswegen gehen wir nicht zurück und gucken uns skins an sorry so raketen fürs tracer das finde ich gut das finde ich schon wieder diese das ist doch nicht besser das ist dass das bewegung drin das ist ein bisschen creepy weil sie mit den augen blinzelt aber symmetra steht da einfach nur so und das finde ich schon deutlich besser wieder wenn wenn schon so ein sieger pose ist nicht schnell genug ich freue mich wie ein junger hund okay das war's widow ah ja genau den haben wir schon gesehen den finde ich halt auch cool also ich finde der passt halt total zum neujahrsfest der ist halt der ist halt schlicht ne kann man sich darüber streiten muss das ein skin seine 3000 kostet kann man sich damit darüber streiten finde ich weil er ist im grunde genommen ist es fasten rica la der ist ein bisschen anders natürlich hier bein und sowas aber die waffe ist natürlich premium ne waffe ist natürlich richtig premium kann man sich überstreiten ob der jetzt wirklich 3000 also ob ich dafür 3000 ausgeben würde weiß ich nicht bin ich ganz ehrlich bin ich ganz ehrlich so hat sie noch was bekommen uja diese das ist auch schön da ist auch wieder bewegung drin deutlich besser ich verstehe nicht warum die sieger pose ist super geil von tracer die ist geil und dann hast du gleichzeitig symmetra hier die da einfach nur steht und nix macht warum das finde ich halt dumm finde ich finde ich dumm äh habe ich irgendwas übersehen bei widowmaker sprüche aber auch nicht ne äh im auto siegerposen sprüche den letzten bei sind die hunde okay äh okay dann kommen wir zu winston der natürlich auch wieder nichts kriegt wie immer ja auch das finde ich cool viele siegerposen diesmal oder also gefühlt mehr siegerposen als beim letzten mal das ist ein cooler spruch das ist ein richtig cooler spruch oh warte mal habe ich das übersehen sekunde 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 highlight intro habe ich übersehen ah ne habe ich nicht übersehen äh so saia saia kriegt auch noch ein skin und zwar den suang vu und wow also bei den saia skins liefert blizzard in letzter zeit einfach wirklich ab das ist diese alte schildkröten skin quasi wir sehen sie auch hier diese zweiköpfige schildkröte halb schlange halb schildkröte ähm es ist halt einfach so ein richtig guter skin so richtig schön gepanzert sie ist die schildkröte aber sie ist die waffe vielleicht die schlange ja oh das ist ein cleverer skin weil ich habe es ja erwähnt das ist diese zwei doppeldeutige schildkröte also hier schlangenkopf und äh schildkrötenkopf und saia ist die schildkröte und die waffe ist die schlange wie clever ist das denn bitte super geil so ich möchte mit dem saia spielen ich habe so viel saia in frühen seasons gespielt saia kriegt einfach einen geilen skin nach dem anderen wow richtig richtig gut äh neue siegerpose gibt es auch noch oh 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 die hat aber eine dicke Charaktere gehen wir gar nicht erst hin in die richtung solcher sprüche das geht auf youtube da werde ich direkt in das video noch schneller monetarisiert als normalerweise okay die hat jetzt gesagt da liegt der hund begraben das weiß ich nicht weil ich russisch verstehe sondern weil ich lesen kann so zenyatta hat äh auch noch einen skin bekommen den zeng seng ne das ist aus dem letzten jahr der hä sind das zu wenig warum haben die nicht gesagt sieben skins das glück ist mir wohl gesonnen das war alles jetzt ernsthaft hab ich irgendwas aber sehen gerade genji hat bekommen mccree hat bekommen pharah hat bekommen mercy hat bekommen wen über sich sechs gibt es echt sechs haben sie gesagt wow widow und saia sechs äh leute ich weiß nicht wie es euch geht das ganze geht ja auf youtube deswegen ich in die rüge mal kurz den chat ähm ich weiß nicht wie es euch geht ähm ich finde das sehr überraschend ähm ich muss ganz ehrlich sagen cosmetics diesmal hauen mich nicht um also die cosmetics selbst sind gut die skins sind super geil aber so in der gänze haut es mich nicht um also das ist das erste event wo ich wirklich sag boah ja da ist jetzt weiß ich nicht haut mich nicht um ist äh meine meinung ich weiß nicht wie euch das geht gerne in kommentare gehen und mir dann was schreiben ähm vielleicht bin ich damit alleine wir werden trotzdem lootboxen aufmachen ich würde mich über jeden skin freuen den ich kriege vermutlich werde ich lootboxen auch live im chat aufmachen äh vielen vielen dank fürs zuschauen wenn euch das nicht gefallen hat gebt gerne einen daumen nach oben so gut ja im